Okay, on continue. Prochaine Gruppe sur scène, mesdames et messieurs. Ils ont aussi préparé un petit vidéo. Vous avez aussi une petite vidéo vorbereitet. Wir gehen jetzt ins Schulzentrum Lengenstein. Das ist in Spiez. Unter der Leitung der Koch-Mode. Das ist die Gruppe DROP OUT! Video ab, bitte! Let's go! Sous-titrage ST' 501 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 Wir machen ein klischeehaftes Sekretärin- und holen ein paar Hip-Hop-Teile, um zu zeigen, dass Frauen so schön wie sie sagen, run the world. Sehr schön! Frauen, run the world! Ganz, ganz wichtig! Yeah, Frauenpower hier on stage to the fullest! Sehr gut! Wie geht's weiter mit euch? Wird das jetzt euer allerletzter Auftritt sein oder bleibt ihr dran und macht noch ein wenig weiter? Am Donnerstag gibt es noch einen Schuhabschluss und dort werden wir dann noch dreimal auf... Ah, dann habt ihr also noch eine richtige Tour vor euch, kann man sagen. Sehr gut! Und dann geht ihr alle weiter oder werdet ihr noch weiterhin zusammen tanzen? Ein paar werden gehen, die die 9. Klasse sind, aber viele bleiben noch für nächstes Jahr. Sehr schön, dann können wir uns freuen in dem Fall, hoffentlich nächstes Jahr auch wieder hier auf der Bühne. Dropout aus Lengestein-Spiez! Unterlegung von der Koch Maud! Merci vielmals! Fantastisch gewesen! Jawohl! Bühne Frey! Mesdames et Messieurs, on arrive déjà au... ...